Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ja, heute haben die Babys von Feehermelinchen, Donut und Kuschel ihre erste Shuttle-Rundfahrt mit der Elektroschubkarre. Weil die Boxe mit den Kleinen nach vorne ans Auto zu tragen, das wäre ein bisschen zu weit und zu schwer. Ja, also haben sie jetzt ihre erste Fahrt hier in meiner E-Schubkarre verbracht. Ja, und jetzt kommen sie dann mit der Boxe ins Auto rein und dann geht's ab zum Tierarzt zum Impfen. Die Kleinen kriegen heute ihre Impfung gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose und Zwingerhusten. Und natürlich auch noch ihren Mikrochip mit EU-Impfausweis, so dass man immer zweifelsfrei weiß, wo die kleinen Mäuse herstammen. Ja, und wie man sieht, also von Angst überhaupt keine Spur. Die sind alle rotzefrech. Sicherheitshalber habe ich noch so eine Inkontinenzeinlage reingelegt, falls einem vielleicht doch bei der ersten Autofahrt übel wird. Ja, du kleine Maus. Aber sind die nicht süß? Oh mein Gott. Am liebsten würde ich mich auf dem Rückweg irgendwo in eine grüne Wiese setzen und einfach mit den Kleinen nur kuscheln und spielen. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Noch so ein, zwei Wochen. Dann dürfen sie raus in die große Freiheit, wenn sie genügend Impfschutz haben. Oh mein Gott. Aber nachher dürfen sie erstmal in der Baby-WG wieder rumrennen und spielen, wenn wir vom Tierarzt zurückkommen. So, ihr Süßen. Oh Gottchen. Oh wie süß. Oh Leute. Ist das nicht goldig? Guck. Oh Gotti, Gotti, Gotti. Ach Gottl. Guck mal, die freche Vorwitzdase. So, jetzt geht's los. Der Tierarzt wartet. Bis dann. Tschüss.